Schönhagen in Ruhr, Delta Ego Delta Kierbing in die, hallo. Der Flugplatz Schönhagen gehört zu den wichtigsten Verkehrslandeplätzen Deutschlands und ist mit über 50.000 Flugbewegungen der größte in den neuen Bundesländern. Die attraktive Lage am Rande der wachstumsstarken Wirtschaftsregion südlich von Berlin verleiht dem Standort Schönhagen zusätzliche Impulse, die durch den Bau des internationalen Großflughafens BER auch in Zukunft gelehrt werden. Über die weiter im Ausbau befindlichen Autobahnen, Bundesstraßen und die Regionalbahn ist der Flugplatz ausgezeichnet erreichbar. Der Flugplatz ist für die Business Aviation optimal ausgebaut und bietet dabei auch dem Privat- und Freizeitflieger einen attraktiven Stützpunkt. Schönhagen ist nicht nur ein Flugplatz, sondern auch ein kompetenter Partner für Unternehmensansiedlungen, Forschung, Tagungen, Events und innovative Technologien. In den mit modernster Technik ausgestatteten Hangars mit über 20.000 Quadratmetern Fläche sind derzeit über 170 Flugzeuge untergebracht. Die asphaltierte, 1,5 Kilometer lange Hauptpiste verfügt über eine moderne Anflug- und Nachtbefeuerung. Nach der Planfeststellung zum weiteren Ausbau wurde von 2007 bis 2012 ein Genehmigungsverfahren für den Instrumentenflugbetrieb durchgeführt. Der zum Flugplatz gehörende Luftfahrt-Technologiepark bietet für große und kleine Unternehmen die passenden Räume und Bauflächen direkt auf dem Flugplatz. In den modern ausgestatteten Büros und Gewerbehangers haben sich bereits mehr als 30 Unternehmen angesiedelt. In Schönhagen werden Flugzeuge entwickelt und gebaut. Mehrere Werften bieten mit ihrem technisch hochqualifizierten Personal Wartung und Instandhaltung von Flugzeugen, Businessjets und Helikoptern an. Der Landkreis Teltow-Fleming, Hauptgesellschafter des Flugplatzes, wurde in den letzten Jahren dreimal als wachstumsstärkster Landkreis der Bundesrepublik ausgezeichnet. Zudem sind Ansiedlungen auf dem Flugplatz Schönhagen nach den geltenden Richtlinien des Landes Brandenburg förderfähig. Die enge Kooperation mit mehreren Hochschulen lässt interessante Forschungs- und Entwicklungsprojekte zu vielfältigen Themen entstehen. Mit seinem Technologiepark gehört Schönhagen zu den wichtigsten Wirtschaftsstandorten in der Region. Das Tower-Restaurant-Cockpit präsentiert sich mit seinem verglasten Rundumblick in einer außergewöhnlichen Symbiose aus Natur und Technik. An warmen Tagen nehmen sie auf der Sonnenterrasse direkt am Geschehen auf der Start- und Landebahn teil. Schönhagen ist eine Event-Location mit langer Tradition. Zum Beispiel die Classic Days, Klassiker zu Lande und in der Luft. Dieses einzigartige Event kombiniert nostalgische Motor- und Segelflugzeuge mit klassischen Fahrzeugen aus ganz Europa. In einer faszinierenden Technik-Schau konnte eine umfassende Auswahl aus allen Epochen bestaunt werden. Außerdem im Programm Rundflüge, Live-Musik und Familien-Entertainment. Egal ob Pilot- oder Oldtimer-Besitzer, Events auf dem Flugplatz Schönhagen sind ein Muss für jeden Geschichts- und Technikbegeisterten. Und Action! Moritz bleibt treu auf dem Flugplatz Schönhagen. Gedreht wird der Thriller im Jahr des Hundes. Viele nationale und internationale Filmproduktionen nutzen den Flugplatz als idealen Drehort mit gutem Rundum-Service. Veranstaltungen auf dem Flugplatz Schönhagen sind ein ganz besonderes Erlebnis, von dem sich ihre Gäste gerne inspirieren lassen. Ob Meeting, Schulung, Seminar oder Kundenveranstaltung. In den neu gebauten Konferenzräumen, frisch sanierten Hallen und auf gepflegten Freiflächen findet sich viel Platz für kleine und große Veranstaltungen, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Vom Sportflieger bis zum Berufspiloten, eine Vielzahl an Flugschulen, bietet in Schönhagen Ausbildungsmöglichkeiten auf den verschiedensten Flugzeugtypen. Vom Ultraleichtflieger bis zum Businessjet üben angehende Piloten im Cockpit oder am zertifizierten Simulator. Faszination Fliegen. Auf dem Flugplatz Schönhagen verbindet sich moderne Technologie mit Sicherheit und Effizienz. Für den begeisterten Privatflieger oder professionellen Piloten ist Schönhagen im Umfeld der deutschen Hauptstadt Landeplatz Nummer 1. Untertitelung im Auftrag des WDR Untertitelung im Auftrag des WDR Untertitelung des ZDF, 2020